Ja, wie gesagt, ich bin hier gerade auf einem Feld, vor hinter mir ist der Flughafen Wagrum. Hier soll für einen großen niedersächsischen Autokonzern ein Wald mit 60.000 Bäumen abgeholzt werden. Und ich frage ganz ernsthaft, welche Verantwortung haben große Industrien und Hersteller gegenüber der Natur? Oder reicht es, wenn man sich Klimafreigaben kaufen kann?